Jo Leute, was geht? Ihr seht es richtig, es kommt schon wieder ein Video auf Eikuchen. Also langsam geht mein Leben also doch wieder bergauf. Ich habe ja vor zwei Monaten ein Video zu Hand of Blood gemacht. Okay, zugegeben, das Skript lag jetzt auch einen Monat wieder rum. Also wahrscheinlich sind es schon drei oder mehr Monate, die das Video her ist. Aber Hand of Blood hat unter dem Video einen Kommentar geschrieben und sich zu den ganzen Punkten geäußert. Und weil das erste Video schon klicktechnisch so gut angekommen ist, dachte ich einfach mal, dass ich hier nochmal ein Follow-Up-Video dazu mache. Wir gehen jetzt also die einzelnen Punkte durch und wir fangen auch direkt mit dem ersten Abschnitt mal an. Dieser Thema damals, fand ich scheiße von dir, habe ich dir auch gesagt. Die war ultra aufgeregt und das erste Mal vor einer großen Audienz, da war dein Video sehr verletzend für sie. Trotzdem habe ich da überreagiert und hätte dir nicht damit drohen sollen. Wobei das als Anfang 20-Jähriger von mir auch nur heiße Luft war. Ich finde es in dem Punkt ehrlich gesagt super lustig, wie weit wir da auseinander gehen. Denn ich habe mir das Video nochmal angeguckt und Bro, was ich da teilweise für Jokes und Aussagen gebracht habe, geht halt wirklich einfach gar nicht fit. Deswegen bin ich auch wirklich froh, dass das Video nicht mehr online ist, um ehrlich zu sein. Selbst wenn Hand of Blood mir eine Abmahnung geschickt hätte, dann muss man sagen, wäre das für ein, zwei Punkte auf jeden Fall verdient gewesen. Ich finde es aber trotzdem stark, dass er hier den Fehler einsieht, den ich nicht mal bei ihm sehe und er sagt, hey, ich habe da einfach ein bisschen überreagiert. Im Nachhinein ist das Video halt auch inhaltlich nicht wirklich stark gewesen. Denn wie er schon schreibt, war es das erste Mal, dass sie bei so einem großen Event dabei ist. Natürlich ist sie dann aufgeregt. Das kann man ihr halt schlecht vorwerfen. Was diesen Manuel angeht, es ist so lange her, ich weiß nicht mal mehr, worum es ging. Und der kurze Ausschnitt hier im Video hat auch nicht gerade viel Kontext erlaubt. Wenn man nur meine Tweets zeigt und dann behauptet, ich hätte die Diskussion verloren, ohne die komplette Diskussion zu zeigen, beziehungsweise die Tweets von Manuel, der mittlerweile ein gebanntes Profil hat, heißt schon einiges meiner Meinung nach, wird man dem Thema nicht gerecht und unterschlägt im Zweifel viele Dinge. Also erstmal heißt das gar nichts, dass er gebannt wurde. Er wurde gebannt, weil ich seinen Account damals mitbenutzt hatte, als ich gebannt wurde. Und weil man ja als gesperrte Person keinen neuen Account haben darf, wurde er auch gesperrt. Übrigens so wie Wohli und noch ein, zwei andere Kollegen von mir. Aber danke, dass ihr euch geopfert habt. Ansonsten muss ich aber sagen, so ein bisschen recht hat er logischerweise schon. Ich habe das Video halt dazu genutzt, um auch einfach mal alles aufzuarbeiten, was so zwischen uns passiert ist und um besser die Frage beantworten zu können, ob er sich denn jetzt so plötzlich geändert hat. Ich bin irgendwie vorher nie wirklich dazu gekommen, ein Video gegen ihn zu machen. Das Problem daran ist halt einfach, dass man alte Tweets einfach so gut wie gar nicht findet. Vor allem, wenn die Accounts gesperrt sind. Alleine für diese beiden Tweets, die ich in meinem Video hatte, habe ich ungefähr zwei Stunden gesucht, weil es keine Möglichkeit gibt, auch nicht über die Suche, an diese Tweets zu kommen. Es ging da auf jeden Fall um die Pöscher-X-Sache. Ich habe die Diskussion halt noch genau im Kopf, aber natürlich hat er halt recht. Das hätte ich auch rauslassen können, denn wenn ich die ganzen Informationen nicht zeigen kann, dann kann sich auch der Zuschauer kein vernünftiges Bild darüber erlauben. Verloren hat er die Diskussion aber trotzdem. Bei Chef Strobel habe ich tatsächlich bei den Streamer Awards vor diesem Video hier persönlich um Entschuldigung gebeten. Wir haben uns nach der Show ausgetauscht und sind zu der Ansicht gekommen, dass er sich falsch ausgedrückt hat und ich viel zu der reagiert habe. Und ich denke, das sollte auch die allgemeine Meinung widerspiegeln. Heute würde ich eher mit ihm den Dialog suchen, anstatt ihn anzufeinden. Falls du mir nicht glaubst, hau ihn gerne mal an. Finde ich hier persönlich auch stark, dass er sich nochmal privat da entschuldigt hat und dass die Sache für die beiden auch geklärt ist. Als Influencer sind solche Sachen halt auch immer schwer, denn er sagt ja selber, dass er viel zu hart reagiert hat und dass er sich privat entschuldigt hat, ist zwar super, aber für die Öffentlichkeit steht es natürlich immer so da, als ob er da jetzt gefrontet hat und die Sachen halt nie einsehen wollte. Für die Leute, wie zum Beispiel für mich, ist es dann immer halt so ein ungeklärtes Ding. Würde hier aber auch an sich beiden zustimmen. Chef Strobl hat ja gefragt, warum es für Transpersonen nicht so was wie die Paralympics gibt. Und natürlich, wenn man das böse auffassen möchte, dann kann man jetzt behaupten, Hä? Möchtest du damit sagen, Transpersonen sind behindert oder was? Es ist meiner Meinung nach aber mehr als ersichtlich, dass er das Transsein nicht als Behinderung einstufen möchte, sondern dass er es einfach am fairesten findet, wenn Transpersonen einfach eine eigene Kategorie bekommen. Wie das halt auch bei Leuten mit Beeinträchtigungen der Fall ist. Aber hier hat er sich ja persönlich entschuldigt, hat gesagt, dass er überreagiert hat. Ja, von daher ist die Sache eigentlich auch gegessen. Gehen wir mal weiter. Zur Blockchain, da fehlt leider sehr viel Kontext. Ich habe mich damals vor drei, vier Jahren gegen Danny ausgesprochen, der in seinem Content eine andere Streamerin sexuell belästigte. Im Anschluss haben mich die Leute, die ihn damals gefeiert haben, also er noch nicht für sexuelle Vergewaltigung verurteilt war, mehrere Tage lang auf Twitter ultra genervt. Ich bekam über 100 Erwähnungen pro Minute mit Provokationen, Drohungen und Beleidigungen. Da ging es denen gar nicht um Kritik. Als das einzelne Blockieren, von denen nichts half, habe ich eine Twitter-Blockchain benutzt. Das sperrt halt weite Zweige einer Community aus, geht dabei aber sehr grob vor, weshalb dann aus Versehen viel zu viele gebannt wurden. Für mein Mental Wellbeing war damit tatsächlich der Job getan. Aber klar fühlten sich dann viele falsch behandelt. Aber mal ehrlich, wie schlimm ist es, von einem Influencer halt blockiert zu sein? Aus heutiger Sicht finde ich es lustig, XD. Lange Rede, kurzer Sinn, war damals eine sehr anspruchsvolle Zeit für mich und ich war auch sehr überfordert. Habe letzte Woche tatsächlich im Rahmen meines Elden Ring Projektes angefangen, die Leute alle zu entblocken. Sehe das mittlerweile entspannt, hat mir aber damals tatsächlich dieses Image von Hand of Block eingebracht, weil ich das nie öffentlich aufgeklärt habe. Können wir bitte kurz darüber reden, dass er XD nutzt? Die Frage ist natürlich im Nachhinein, ja, wie schlimm ist das, dass er da jetzt ein paar Leute weggeblockt hat? Ich kann ihn ja persönlich auch komplett verstehen, wenn da ganze Communities jede Minute hunderte Tweets über dich machen und du überall erwähnt wirst. Ja, das kann natürlich schon sehr hart nervig sein. Klar finde ich immer noch, dass das bei Hanno viel zu übertrieben gewesen ist. Sowas hat auch schnell so eine Eigendynamik, weil die meisten, die ihn erwähnt haben, wollten wahrscheinlich halt nicht mal ihn irgendwie beleidigen oder fertig machen, sondern das war eher so ein Wettbewerb, wer wird am schnellsten von ihnen gesperrt? An sich ist natürlich auch nichts daran schlimm, Leute zu blockieren. Das mache ich gerade auf Twitter auch des Öfteren, wenn die kompletten Bullshit schreiben, mich beleidigen oder anderen Müll posten. Und dann gibt es halt auch noch solche Nachrichten hier. Ah, übrigens, werde einfach mal Mann und entsperre mich auf Tupac-Tags in Instagram. Dieses Kindergarten mit dir, wann wirst du endlich erwachsen? Kein Plan, wer du sein sollst, aber was hat das mit Kindergarten zu tun, wenn ich mit dir nicht interagieren will? Gut, dann soll es so sein. Gut, lebe dein Leben, ich melde mich nie wieder. Junge, ist das meine Ex oder was? Zuschauer haben natürlich dennoch eine parasoziale Bindung mit dem Influencer. Dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass es einige Leute wahrscheinlich ein bisschen hart getroffen hat, dass die da plötzlich dann geblockt gewesen sind. Wenn er natürlich sowas sagt wie, das ist der einzige Weg, wie es mir mental besser geht, dann müssen wir das halt akzeptieren. Also da kann man ja auch wirklich nichts dagegen sagen, dann ist es irgendwo verständlich, dass er das getan hat. Zu Maluna, wir haben das beide geklärt. Niemand kennt meine Seite der Medaille und dichtet sich einfach seine Narrative zusammen, warum wir das privat geklärt haben. Hier werden Vorwürfe zu Fakten gemacht, die doch gar nicht bewiesen sind. Seien wir mal ehrlich, ich glaube du und viele deiner Zuschauer wollen diese Vorwürfe einfach glauben, weil sie euer Bild über mich bestätigen. Fakt ist, dass Mazat und ich fein miteinander sind und wir uns ausgesprochen haben. Ich bin kein großer Fan mehr davon, Drama öffentlich auszuschlachten. Wenn das Leute machen, wird immer behauptet, dass sie das lieber mal privat klären sollen. Jetzt macht man es andersrum und auf einmal heißt es, man habe etwas zu verbergen. Und ja, man hätte das vorher klären können. Bin ganz deiner Meinung. Tatsächlich hatte mich der Tweet selbst sehr überrascht. Hier bin ich so hin und her gerissen. Wollten Leute wie ich wirklich einfach glauben, dass es stimmt, damit das Narrativ bestätigt ist? Meiner Meinung nach, also zumindest für mich, tatsächlich nicht. Das Ding ist halt, dass man als Influencer natürlich sehr viel mehr private Eindrücke hat, was einem andere Influencer so erzählen. Zum Beispiel bei den Drehs nach den Kaffee- und Kuchen-Videos. Und deswegen glaube ich auch das, was Maluna sagt. Denn um ehrlich zu sein, war das für mich kein, boah, Hand auf Blatt war das auf jeden Fall, den konnte ich noch nie leiden. Sondern halt eher ein, naja, war ja eigentlich klar, dass er so irgendwann mal rauskommen muss, ne? Daher bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das schon so passiert sein wird, wie Maluna das sagt. Weil ich ähnliche Erfahrungen auch von anderen Leuten gehört habe, die mit Hand auf Blatt in Kontakt gestanden sind. Natürlich ist es super, dass sie das beide privat geklärt haben. Das ist klasse, gar keine Frage. Aber trotzdem kann man so ein Verhalten meiner Meinung nach trotzdem kritisieren. Auch wenn die das untereinander geklärt haben. Denn die Aktion, die Hand auf Blatt gemacht hat oder das Verhalten, was sie an den Tag gelegt hat, war ja trotzdem nicht ganz korrekt. Ich kann natürlich verstehen, dass ihn das nervt. Gerade auch, wenn man bedenkt, dass er seine Seite ja nie veröffentlicht hat und die Leute sich trotzdem eine Meinung bilden. Dazu muss man allerdings sagen, dass es halt auch ein Image ist, was man sich über Jahre aufgebaut hat. Also wirklich wundern, darf er sich meiner Meinung nach heutzutage darüber auch nicht. Die nächsten zwei Punkte überspringe ich einfach mal, weil mehr als doch, das habe ich aber so gehört und das kam aber alles schon sehr, sehr komisch vor, kann ich da halt nicht sagen, macht nicht allzu viel Sinn. Zum Ende hin schreibt er nochmal, dass man an sich ja auch sieht, dass er sich verändert hat, denn die ganzen Punkte, die ihm vorgeworfen werden, sind ja schon extrem lange her. Daher sieht man ja, dass das heute nicht mehr so ist. Auch hier ist wieder das Ding, ich habe halt private Infos von Sachen, die nicht jahrelang her sind, die ich hier nicht droppen kann, die halt zeigen, weiß ich nicht, hat er sich verändert? Also nicht vor fünf Jahren auf jeden Fall. Dazu war ja ein Hauptkritikpunkt, den ich auch im Video beantworten wollte, ob das jetzt stimmt oder nicht, dass seine krasse Veränderung ja quasi an dem Tag gekommen ist, als er plötzlich angefangen hat, auf Twitch zu streamen. Ja, natürlich kann es sein, dass er sich privat die letzten Jahre einfach geändert hat und man das jetzt erst merkt, weil er jetzt seinen Content ändert und aus sich rauskommt. Die Frage war ja aber, ist es das oder ist es jetzt einfach, hey, ich bin jetzt auf Twitch und da fährt man am besten, wenn man mit allen Leuten cool ist. Ich habe auch ein bisschen mit dem Video gewartet, um zu gucken, wie sich das die nächsten Wochen so entwickelt. Okay, war gelogen, ich war einfach zu faul. Aber können wir jetzt trotzdem gucken. Und momentan muss ich wirklich sagen, dass es meiner Meinung nach so wirkt, als ob er sich tatsächlich verändert hat. Er hat beispielsweise auch ein sehr langes Interview bei Henkes Corner gegeben und das könnt ihr euch auf jeden Fall angucken. Ich finde, da spricht er wirklich sehr real über alles, was halt so passiert ist. Auch seine weiteren Statements zu Anni und Shuyoka sind auf jeden Fall sehr base und er bringt jetzt gerade eigentlich auch nichts, wo man sagen kann, boah, da hat er ja schon wieder so dummes Zeug gelabert. Am Ende schreibt er noch was über Shuyoka und dass er immer für sich und nicht die Bubble spricht. Lass ich jetzt einfach mal so stehen. Was kann ich also abschließend dazu sagen? War mein Video zu hart? Meiner Meinung nach nicht. Ja, ein, zwei Punkte hätte man safe weglassen können, aber das Video war ja auch dazu da, um zu gucken, hey, hat er sich in der ganzen Zeit eigentlich geändert und welche Auseinandersetzungen hatte ich eigentlich so mit Hand of Blood? Man muss eine Person halt ein bisschen durchleuchten, um halt zu schauen, jo, kann der sich jetzt wirklich so plötzlich geändert haben oder ist das mehr heiße Luft? Ist natürlich, wie gesagt doof, wenn da Sachen von vor Jahren hochkommen, sowas kritisiere ich bei mir ja auch immer, hätte man vielleicht auch noch ein bisschen anders umsetzen können. Wie gesagt, es ging mir aber auch um die Auseinandersetzungen, die ich mit ihm in meiner ganzen Karriere hatte. Das erste war einfach 2013, Junge, so heftig. Insgesamt bin ich sehr gespannt, wie sich Hand of Blood in Zukunft noch so weiterentwickeln wird, denn meiner Meinung nach macht er jetzt gerade sehr viele Schritte nach vorne. Ich bin auf jeden Fall gespannt und wir gucken mal, was das wird. Was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Okay, thanks, bye.